Und ich mach Zaubertränke, Zombies wandeln sich, so kommen im Himmelstrichleid zurück. Und ich zertürme eure Schränke, dann klebe ich sie für dich, als wegen neues Glück. Das Leben ist schön, die Zukunft fängt an, die Sonne scheint, und ich weiß, warum sie lacht, weil sie weiß, dass ich's genauso kann. Und das Leben ist schön, die Zukunft ist dran, die Sonne scheint, und ich weiß, dass ich lachen kann, und ich bin weiter meinen Weg entlang. Meinen Weg entlang. Meinen Weg entlang. Das tut mir leid, aber der Sofa-Hike ist vorbei. Ja, ihr braucht jetzt keine Zombies mehr weit. Und die da nicht kommen, okay? Alles war ein weiter Ende. Warum ist der jetzt vorbei? Ist morgen wieder Sofa-Hike? Ich hoffe. Nee, das ist nur einmal. Was dauert das wieder? Leute, macht euch das mal bewusst, heute waren 60 Sippen aus 11 Landesverwendungen dabei, also aus dem gesamten BDP, das sind 300 Videos in der Größe von 26 GB. Das waren 800 Minuten verteilt auf 15 cm. Ja, da sind wir. Und ja, es gab auch insgesamt 120.000 Zugriffe auf den Server. Mega geil. Also ich würde sagen, wenn man die ganzen Zahlen hört, dann merkt man, dass wir einen sehr spannenden, ereignisreichen Tag hier hatten. Wir hatten wie jedes Jahr hier in der Hike-Zentrale wieder unglaublich viel Spaß mit euren Videos. Vielen lieben Dank dafür. Wir hoffen, ihr hattet auch einen schönen Tag. Und wir wollen euch gar nicht lange auf die Folter schlagen, aber ihr wollt in diesem Moment nur wissen, wer ist denn der Sieger vom Sofa-Hike und was gibt es zu gewinnen? Natürlich haben wieder alle gewonnen, die so super mitgemacht haben. Deswegen wird es für alle auch dieses Jahr wieder die Aufnäher von dieser Aktion geben mit diesem Logo. Das wird allerdings dieses Jahr noch zwei, drei Wochen dauern und dann schicken wir euch die zu. Gewinner gibt es natürlich auch, also die, die wirklich am allerbesten abgeschnitten haben. Und die bekommen wieder diese begehrten Sofa-Kissen. Ja, wer hat gewonnen? Ja, den dritten Platz, wovon ich das Kissen auch in der Hand halte, das werdet ihr bekommen. Und zwar, der dritte Platz kommt aus dem LV Niedersachsen. Aus dem Stamm Adolf. Und zwar die Sippe Amalas Witter. Wir machen gleich weiter mit dem zweiten Platz, der gar nicht weit davon entfernt ist und auch aus dem Landesverband Niedersachsen kommen. Und zwar aus dem Stamm Ordenswitter. Wir sind mit Pantragen. Wir kommen zum ersten Platz, dem Gewinner des Sippshofer Hype 2018. Der erste Platz geht in den Landesverband Nordrhein-Westfalen. In den Stamm Nebel drehen zur Sippe Stadträder. So, nun steht der Sieger vom Sofa-Hang 2018 fest. Und uns bleibt nur noch euch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Wir möchten ein wunderschönes Wochenende und wir freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr wiederzusehen. Macht's gut! Tschüss! 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 Vielen Dank.